... Musik ... ... Statt ist freundlich, hier ist gelaufen in der 80 PS-Klasse. Racing T-Wegard mit dem hochgezüchteten Motor scheinbar mit Problemen kommt nicht richtig in Fahrt. Von vorne auf 1 an der Schubel. Nee, der reichte wurde, glaube ich. Ach so! Oh, zu viel! Der hat auch der 2. Busbrot. Yvonne Holz nach vorne zwischen Zeit und Zeit. Oh, da kommt hier nachher her. Hier ist ist Dramatik Fuhr jetzt in der PS-Hölle von Basel. Kann Yvonne Holz noch einmal angreifen? Was macht dann hier Stiepel? Und vor allem, was macht Yvonne Holz noch einmal angreifen? Alter Schwede! Was bewegt? Das ist die große Frage. Der Startnummer 149 wird sich wachsen. Als Karte kann man es nicht sehen. So, wieder Startnummer 149. Es bleibt bei der Spanne, die Hornholt kämpft sich langsam nach vorne. Er ist jetzt auf Platz 3 angekommen. Hanja Stiepel immer noch auf der Zubo. Eine Runde haben wir noch zu fahren. Und immer noch ist Swan Bull Rock auf Platz 1 unterwegs. Er ist so stark, der muss ja eigentlich gewinnen. Aber so kommt es dann meist doch anders. Erichs Erben fährt hier eine lockere Runde. Strong Bull Rock gewinnt. Anja Stiepel auf der 2. Yvonne Holz auf der 3. Stiepel auf der 4. Artica Racing nur auf Platz 5. Mit der Startnummer 149. Maximilian Streitz über die Ziellinie. Das ist gut.